Okay, Leute, es geht weiter. Miss Sykes. Heute musst du einen mächtigen Herzen besiegen. Berat dich gut vor. Okay. Besiege die Lawine. Okay, okay. Ich darf hier nämlich mal Feuermagie mit. Tafeln. Ähm, Feuer. So. Ich glaube, Vita könnte ich auch gebrochen. Ich habe genug gelegen Vita. Okay. Das reicht für Erste. Und reden. Ja. Besiege die Lawine. Okay. Internet aufgetaucht. Nimm dich voll Giftpflanzenanz. Okay, machen wir. Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, ist das nicht? Was siehst du denn, Kerl? Hm. Chion? Hey, Chion. Was geht ab? Okay, die Mission. Rockstars, wenn ich mich richtig erinnere, muss man der Emblem sammeln und den Gegner besiegen. Hast du gar keine Mission? Doch, ich wurde heute hier hingeschickt. Echt? Ich auch. Hm. Die gucken sich immer so komisch an, ich weiß es nicht. Immer so stumpf. Rockstars, das tut mir ja echt leicht. Ich hätte gestern nicht einfach wegrennen sollen. Wie ein Mädchen. Aber ist hier eins. Schon gut, hat mir nichts ausgemacht. Hat hier kein Herz. Ich war sauer. Ja, diese Aussage ist schon selbst... Ähm... Ist schon selbst... Ähm... Ist schon falsch, weil sie kein Herz hat. Aber egal. Ich habe eine Mission schwer versagt. Du hast nicht zufällig von dem Kerl gehört, der sich als einer von uns aussieht? Riku? Nein, doch. Ihr sollt ihn erledigen, konnte ihn aber nicht besiegen. So hattest du dein Channel Movies durchgemacht. Sykes war so wütend, dass er mich einen Fehler genannt hat. Oh, tut mir echt leid. Braucht es nicht. Der Idiot kann mich nennen, was er will. Ich kann das ab. Ich bin ein topfes Mädchen. Hey. Hey, Shion. Wollen wir heute zusammenarbeiten? Was? Wie? Legen wir unsere Mission zusammen. Gemeinsam sind wir schneller fertig. Klingt gut. Also okay, dann werden wir vielleicht früher fertig und haben mehr Zeit zum Eis essen. Immer Eis essen. Immer Eis essen. Okay. Ich weiß jetzt schon, wo ich hingehen muss. Erst hier hin. Dann hier hin. Ich habe sie davor schon gespielt, deswegen weiß ich auch die bisschen die Strecke. Mega Schatten durch. Ich kann mich jetzt momentan auch mal. Okay, den müssen wir da besiegen. Wir siegen ihn mal schnell. Ey, so oft kannst du doch nicht verfehlen. Ey, komm, jetzt triff. Okay, sie wird da stehen, tut mir. Komm, besieg ihn mal. Komm, besieg ihn mal. Ey, ich muss die Emblems 100 Brut sammeln. Wer hat das hier gerade selbst angegriffen, der Idiot? So. Ey, wie hat das mir was abgezogen? Ey, verstehe die Logik nicht. Ey, komm jetzt. Ey, sag jetzt nicht, er hat wieder... Ey, ich hasse diese Kacke. Das ist beschissener an dem Spiel manchmal, dass... Selbst wenn die Gegner verschwinden... Die verschwinden in kurze Zeit, die kommen aber wieder. Dann haben sie eigentlich wie alles wieder zurück. Ich will diesen Emblem nicht sammeln. Okay, wir haben den Vixxer. Ich muss das mal sicher sein. Dankeschön. Okay, die ganzen Emblem sind... Da gibt's auch welche? Ah, das führt zum Boss. Ey, das ist so ein... Ey, die Schattenlöcher sind eigentlich die schwächsten Gegner unter den Reihenblütern. Oder allgemein von den Herzlosen. Der findet mich irgendwie. Okay, du Wichser. Shion, kannst du mich heilen? Wenn es so lieb wäre. Okay. Da ist eins und da ist eins, aber... Ich muss erstmal diesen Wichser hier töten, damit die wieder leuchten. Ich will das hundertprozentig schaffen. Aber ich hab Schwierigkeiten, wenn das so ist. Okay, wir müssen das hier öffnen. Weil der hier rauskommt, wenn man den getötet hat, dann leuchtet wieder das Ding. So, in vollem Glanz. Okay, wir haben dann alle Emblems. Oder gibt es draußen noch welche? Ich weiß es nicht. Aber momentan haben wir in dieser Gegend alle Emblems. Ich muss eigentlich eine Heilung bekommen, aber anscheinend nicht. Okay, jetzt öffnen wir das hier. Ich glaub, das schützt uns. Ja, okay. Danke, dass du mir das sagst, dass ich das geöffnet habe. Okay, gibt's hier so noch welche? Okay. Okay, das gibt's hier. Okay, dann fehlt mir eigentlich nur die Lawine. Okay, jetzt kommt die Lawine. Okay. Ich hab ja gesagt, wir werden noch einen kämpfen, der so aussieht. Okay, du hast zu gehen. Okay, geht klar. Machst du jetzt eine Spezialattack oder machst du das nicht? Danke, Shion. Hm. Okay. 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 Ah, man kann's blocken. Wieso hab ich's denn nicht? Ey, das ist so ein Witz, oder? Oh, jetzt kommt die Erdbeam-Attacke. Mein Leben ist schon verkürzt worden. Das ist nicht gut. So, okay. Wo wolltest du hinfliegen? Schade ich den noch? Geschafft. Ey, 100 pro. Gut, so, ich hab 100% geschafft. Ey, echt geil, dass ich 100% geschafft habe. Knapp, 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 aber ich hab's geschafft. Puh, okay. Dann haben wir diese Mission auch schon erledigt. Einmal gestorben bei dem Boss, aber ist ja nicht so schlimm. Guck dir einmal da durch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt an den Katzen komme. Och, du Wichser. So. Hier kommen Gegner, aber... Nee. Ich brauch dich nicht zu besiegen. Ich geh einfach zurück. Ja. Was ist jetzt mit dem Eis? Okay, ja klar. Vielleicht wollte sie kein Eis essen. Die sieht irgendwie ein bisschen betrübt aus. Ich frag mich, wo Axel steckt. Wir haben die Arbeit wohl etwas zu schnell erledigt, hm? Die ist wohl betrübt. Oh, das ist mein Gott. Du bist ein Gesicht. Wer bist du wirklich? Und warum hast du eine Keyblade? Tell me first why you are dressed as one of us. To make sure my best friend sleeps in peace. I don't know who you're supposed to be, but you can't fight fire with sparks. This Keyblade, it's a sham. Worthless. My Keyblade is not a sham. What gives you the right to say that? Find a new crowd. Trust me, those guys are bad news. Why? You're the real sham! Fair enough. You could say I am the biggest nobody of them all. Shion? Hey Shion! Was ist heute mit dir los? Hat sie in diesen Katzen den Lippenstift gehabt, Shion? Ey, das muss man gleich wieder angucken. Entschuldige, mir geht zu viel durch den Kopf. Roxas, warum tun wir das alles? Für die Organisation arbeiten? Was meinst du mit warum? Doch damit wir eigene Herzen bekommen, oder? Warum? Wofür brauchen wir Herzen? Ist auch eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Aber wenn wir erst welche haben, können wir das besser beurteilen. Stimmt's? Vielleicht. Ich wünschte bloß, ich wüsste, was sie tue. Wie ich hier gelandet bin. Ich habe seit kurzem ganz merkwürdige Träume. Echt? Ich kann mich nie an sie erinnern, aber ich fühle mich, als wäre etwas nicht in Ordnung. Tja, wenn ihr das hilft, Segbal meinte, wir wären besonders außergewöhnlich. Besonders heißt einfach nur anders. Weil ich ein Fehler bin. Du bist kein Fehler. Wir sind vielleicht beide außergewöhnlich, Roxas. Aber ich glaube nicht, dass wir uns ähnlich sind. Chian, warte! Doch ihr seid ähnlich, wenn man die Geschichte von diesem Spiel weiß. Und da kommt schon Axel. Hey, Roxas. Hey, Axel. Ich bin heute nicht hier. Du hast sie gerade verpasst. Du hast sie gerade verpasst. Und Volltreffer-Bonus. Je nach Waffe. Okay. Tag 152. Die falschen Knöpfe. Falscher Controller? Vielleicht. Aber das erfahren wir im nächsten Part. Tschüss. Tag 153. Tag 153. Tag 154. Vielen Dank.